Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Good afternoon, all. So, here we are to play the Champions League match. Since the league, we are expecting a difficult match, as always, football. It's always getting harder and harder to win. All the clubs are really organized. They're good players. So, we are expecting a very difficult match. Thank you. We are expecting a tough game. So, the last, if I'm not wrong, the last formation, they won three games in a row. They won three. And we, as they are a good flow, we are also a good flow. And then we come here to create a good model, some of our spread and expectations, always, that games in the Champions League. So, we are going to play the Champions League match. So, we are going to play the Champions League match. So, we are going to play the Champions League match. So, we are going to play the Champions League match. So, we are going to play the Champions League match. So, of course, the teams will not play in the same way. Aber ich denke, was kann anders sein in diesem Moment ist, dass Nassaf hat zwei Punkte mehr als uns und hat ein paar Influencer in der Spielsführung. Aber ich denke, dass die Mentalität die gleiche ist. Der Klub ist ein Klub, der immer weitergeht, um die Spiel zu gewinnen. So, in diesem Fall, der Prozess der Spiel kann sehr unterschiedlich sein, aber die Mentalität ist die gleiche. Wir sind hier, um zu gewinnen, als in der Vergangenheit. Und in der Vergangenheit, es wird immer so sein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.